Nur hervorzelt, die Zeit ist kurz, mein Liebes. Ich arbeite hart und die Texte anlang, aber ich denke immer, muss ich, und bin doch so weit von da an. Ich, die Kinder, haben einen Kuss von mir, muss nicht warnen und nicht traurig sein, so gerne wäre ich für sie hart und durch, warum in Eltern kann sein. Ich war Straßenflug, plötzlich Eisenbahn, schopf mit Vertrauen an die Tonnenweiß, im Herbst von Norbert aus ist, um ich ham zu dir, und dann wird er zu hart wie Eis. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020